Wir sind in Tokio und testen verrückte 7-Eleven-Snacks. Wir starten mit einem Sandwich, aber nicht mit einem normalen, sondern mit Obst belegt. Kann man machen. Schmeckt irgendwie wie Kuchen. Geht. Weiter geht's mit fancy aussehenden Chips. Riecht komisch. Ich hatte gehofft, dass die pink sind. Was ist das? Also sie sind ein bisschen wie Cheetos. Und schmecken so süß, süß-sauer. Sauer schmecken sie. Als nächstes gibt es ein Dessert. Das ist rote Beete-Paste, Red Bean Paste und Jelly-Dumplings. Rote Bohnen-Paste. Was habe ich gesagt? Beete. Soll ich es essen? Das sieht ekelhaft aus. Ja, da habe ich es vor. Oh, was ist das? Schluss? Boah, was ist das? Du musst auf jeden Fall so ein Boppel nehmen. Ja, die Boppel und dann zog ich gerade raus. Also es schmeckt nicht nach viel, aber die Konsistenz. Boah, das war richtig krass. Boah, das ist ekelig. Ich bin überrascht, dass es nicht so süß ist, wie erwartet. Die Bohne-Paste ist ganz... Es schmeckt nicht nach Bohne. Nur dieses komische Glibberzeug. Als nächstes kommen wir zu so einem milchigen Wasser. Keine Ahnung, ob es wirklich milchiges Wasser ist oder Kokos oder sonst was. Sollen wir es kurz checken vorher. Die süß-saueren Brüste. Quellen über. Was ist das? Ganz anders. Nicht milchig, eher isotonisch. Gott sei Dank, ich hatte schon Angst. Keine Milch davon. Ich hasse Milch. Deswegen hatte ich davor echt Angst, aber... Das ist nichts für dich. Das ist wie aufgelöste Magnesium-Tablette. So schmeckt es. Ja, stimmt. Und sieht aber halt aus wie Spammer. Nicht schlimm, aber auch nicht geil. Jetzt kommt was auf, dass ich meine ganze Hoffnung setze. Was Süßes. Das sind so kleine Bonbons. Und heißen Poppin. Also gehe ich mal davon aus, dass es irgendwie ploppt. Ist ein bisschen wie diese Puffreis-Dinger. Die bunten Puffreis-Kügelchen. Aber mit Brause. Oh nein. Da bin ich ekelig. Oh. Man hat noch Cola geschmeckt. Mhm. Weißt du an was, wie es mich erinnert? Kindheit, diese Brause-Stange. Ja. Genau so. Jetzt kommt was, was nur für mich ist und worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Und zwar Mandeln-Fried-Fish-Mix. Oh Gott. Jeder, der früher schon ein Aquarium daheim hatte und so Fischfutter hatte, das nach Fischroch genauso riecht es. So, wir haben jetzt so ein paar Mandelsplitter und frittierten Fisch. Also ich versuche das übrigens nicht, weil ich kein Fisch esse. Ja. Ist gut. Schmeckt gut. Ist geil. Kann man essen. Folgt uns, wenn ihr wollt, dass wir noch mehr interessante Sachen essen. Boom.